Kindernetz.de Au! Halt! Wer weiß genau, was euch gefällt, kommt mit den Ohren nicht drüber. Das ist mal eine tolle Farm, was? Wow! Die gehört jetzt mir, also ne Zeit lang zumindest. Die Besitzer sind nämlich ein paar Tage verreist und so lange schmeiße ich den Laden. Mittagessen! Naja, also Davina hilft mir ein bisschen dabei. Ach, jetzt schnauf doch nicht so laut. Habe ich doch gleich gesagt, ich regel das. Bis in den Etosha Nationalpark schaffen wir es heute nicht mehr, Olli. Oh! Das sind noch fast 200 Kilometer. Tja. Tja. Und jetzt? Jetzt kannst du schon mal Ausschau halten. Ähm, das mag ich doch schon die ganze Zeit. Nach einem Platz für unser Zelt. Oh! Wir zelten! Yippie! Ja. Oh! Ja! Oh! Halt schau mal, es wird schon gleich dunkel. Oh! 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 guter platz das ist so richtig schön gemütlich in dem warmen schlafsack oder der schlafsack kratzt und außerdem ist er viel zu groß versuch einfach zu schlafen ganz schön was los da draußen na wir sind ja auch mitten in der wildnis ich kann so nicht schlafen dann halt dir doch die ohren zu es ist nicht der lärm was denn dann meine kuschel decke ohne die kann ich nicht schlafen und wo ist die im auto na dann hol sie doch ich soll allein da raus olli das auto steht doch direkt um die ecke sind höchstens zehn meter oder so na gut du da wiener das ist denn jetzt schon wieder hier draußen ist es ganz dunkel das ist nachts ganz normal und ich bin ich trau mich nicht allein also gut ich komm mit au 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 mein fuß ja was ist das denn das ist der ast von nem kameldahnbaum und wer hat den ausgerechnet hier hingelegt? Elefanten? Hier sind Elefanten? Nein, ich glaube nicht, aber hier sind wahrscheinlich welche vorbeigekommen. Elefanten lieben Kameldornbäume. Und was ist so toll an dem, abgesehen davon, dass man sich pieksen kann? Warte, ich zeig's dir. Kameldornbäume sind echte Überlebenskünstler. Hitze und Kälte machen denen wenig aus. Und den Elefanten spenden sie Schatten und Nahrung. Die wachsen übrigens dort, wo fast keine anderen Pflanzen mehr wachsen. Und weißt du warum? Ihre Wurzeln reichen bis 60 Meter tief und zapfen dort das Grundwasser an. Und was finden die Elefanten an diesen Stachelbäumen so toll? Unter der Rinde ist Bast. Den fressen sie richtig, richtig gerne. Und oben wachsen Blätter und Früchte. Tja, jetzt weiß ich, warum Elefanten Dickhäuter heißen. Denen machen die Stacheln nichts aus. Guck mal. Und so sieht ein Baum aus, wenn der Elefant mit ihm fertig ist. Auweia. Graben die die Bäume dann auch noch aus? Nein, nein. Der Elefant hier hat ein ganz anderes Problem. Aha. Und welches? Es juckt ihn hinten und er will sich irgendwie kratzen. Achso. Und ich dachte schon, der macht Gymnastik. So ein Kameldornbaum ist nämlich nicht nur eine Nahrungsquelle, sondern eine ganz tolle, große Kratzdürste. Geht's wieder, Olli? Ja, los, weiter. Was war das denn? Uhu. Uhu. Nein, es war doch kein Uhu. Uhu. Tut das gut. Also ich glaube, das ist von der Oryx-Antilope. Der werde ich mal was erzählen. Dieser Oryx-Dingsda-Antilope. Jetzt bin ich schon zweimal in was reingetreten. Vielleicht leuchte ich besser mal. Hm? Okay. Bitteschön. Jetzt hast du die Lampe auf UV-Licht umgestellt. Und jetzt? Jetzt leuchten Sachen, die man vorher nicht sehen konnte. Wow. Schau mal. Das sieht ja aus wie der Sternenhimmel. Toll, oder? Ja. Nur, dass Sterne nicht so giftige Stacheln haben. Ach, Olli, die Skorpione machen dir doch nichts. Ja, ja. Das sagst du. Und wenn ich in einen reintrete? Ach, das kann ich heute nämlich sehr gut. Du kannst sie doch super sehen, so wie die leuchten. Ja, stimmt. Sag mal, wieso leuchten die überhaupt? Ich zeig's dir. Tagsüber verstecken sich die Skorpione. Hm. Und wenn man sich einen anschauen will, muss man sehr vorsichtig sein. Hm? Oh, ja, dem möchte ich auch nicht vor die Zangen kommen. Obwohl, ich bin ja viel zu groß für den. Ja, aber Vorsicht, Olli. Wenn ein Tier zu groß für die Greifzangen ist, dann hat der Skorpion immer noch seinen Giftstachel im Schwanz. Oh, oh. Ja, und warum leuchten die jetzt bei UV-Licht? Weil der Skorpion sein Skelett nicht innen, sondern außen hat. Das schützt ihn vom Austrocknen. Und da sind Substanzen drin? Die leuchten. Schon kapiert. Genau. Tagsüber verhält er sich unauffällig. Aber wenn es Nacht wird, dann geht der Skorpion auf die Jagd. Ach, hier. Jetzt hat er was erwischt. Wow. Ja. Und dann verarbeitet er seine Beute zu einem Brei. So wie die Spinnen auch. Na dann. Guten Appetit. Hm. Hm. Weiter? Ja. Dann mache ich das UV-Licht wieder aus. Hä? Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ja. Brauchst du doch auch nicht. Die verschwinden doch sowieso, wenn du dich näherst. Jetzt, komm. Was ist denn das? Ein Pavian. Was macht der denn hier? Tja. Weiter? Ja. Oh Mist. Was ist los? Akku leer. Oh nein. Was machen wir denn jetzt? Wie weit ist es denn noch? Na, ich schätze mal zwei Meter. Oh. Komm, schnell jetzt. Olli, schnell ins Auto. Oh ja. Die schnellstelle, schnell rein. Rein, 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 rein. Boah, Olli. Das waren die längsten zehn Meter meines Lebens. Meine Kuscheldecke. Och, Olli. Olli, jetzt haben wir echt ein Problem. Wir kommen hier nicht mehr raus, solange die Löwen da draußen rumspringen. Na super. Jetzt hast du deine Kuscheldecke und mein Schlafsack liegt noch im Zelt. Und kalt ist es hier drinnen auch. Wenn die doch bloß mal verschwinden würden da draußen. Olli, kannst du nicht mal ein paar Takte mit deinen Verwandten sprechen? Was meinst du? Olli? Olli? Ich bin die längsten zehn Meter meines Lebens gelaufen, damit du deine Kuscheldecke haben kannst. Und jetzt soll ich hier erfrieren, während du gemütlich schläfst? Aufwachen! Olli, ich kann ohne meinen Schlafsack nicht schlafen. Hörst du? Weißt du was? Ich sing jetzt so lange, bis du aufwachst. Okay? Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Fässern, da faulte das Wasser. Und täglich ging einer über Bord. Ahoi, kleiner Löwe. Ahoi, ahoi. Wach auf. Bitte, Olli. Wach auf. Wach auf. Davina, ich hatte einen schrecklichen Traum. Du hast versucht zu singen. Wach auf.